Das Thema Digitalisierung beschäftigt uns alle, im privaten Bereich, aber auch im geschäftlichen Bereich. Im privaten ist es mittlerweile gang und gäbe für uns, uns täglich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Im Business-Umfeld, auch da wird das Thema immer relevanter, das sehen wir sowohl für uns selber, allerdings auch für unsere Kunden. Man mag es sich kaum vorstellen, alleine heute unsere Kaffeemaschinen produzieren 150 Datenpunkte. 150 Datenpunkte klingt unendlich viel, ist auch extrem viel, wenn man damit arbeiten möchte, insbesondere wenn sie unaufbereitet sind. Was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist diese Daten wirklich greifbar, erlebbar zu machen und in einen Business-Kontext auch zu stellen, sodass die Kunden einen Vorteil aus diesen Daten auch rausnehmen können, ohne viel Aufwand zu betreiben. Wir sind in diesem Bereich mittlerweile Profis. Wir haben über die letzten Jahre viel Erfahrung in diesem Bereich aufgebaut. Wir haben alleine Stand heute mehr als 20.000 Geräte, die bereits vernetzt sind. Von daher haben wir viel Erfahrung hier aufbauen können, die wir jetzt allen unseren Kunden auch zur Verfügung stellen können, weil wir wissen, dass es das Geschäft unserer Kunden deutlich einfacher und besser machen wird. Mit Melitta Insights bieten wir unseren Kunden erstmalig die Möglichkeit, selbst in die digitale Welt ihrer Kaffeemaschine einzutauchen. Anders als vielleicht in der Branche üblich, haben wir uns dabei in der Entwicklung explizit an den Bereichen B2C und den Erfahrungen und Gewohnheiten, die jeder von uns im privaten Umfeld lebt, inspirieren lassen. Wir wollten ein Umfeld schaffen, das nicht nur optisch heraussticht, sondern auch mehr Spaß am Arbeiten schafft und mit intelligenten Automatismen unseren Kunden wichtige, entscheidungsunterstützende Hilfestellung bietet. Heute können unsere Kunden in ihrem Portal nicht nur diverse Analysen über produzierte Getränke, Mangelmeldungen, Verbrauchsmeldungen und vieles mehr erhalten. Sie werden unterstützt durch automatisierte Reportings, Event-Tracking im Kontext des Maschinen-Monitorings und haben die Möglichkeit, flottenweit mit ihren Maschinen zu interagieren. Dabei legen wir in der Entwicklung neuer Funktionen größten Wert auf die Fokussierung wirklich relevanter Mehrwerte. Nicht jeder der etwa 150 Datenpunkte muss im Portal abgebildet werden, sondern lediglich jene, die unseren Kunden dabei helfen, ihr Kaffee-Geschäft noch erfolgreicher zu gestalten. Melitta IoT Hub ist der Name unserer digitalen Cloud-Plattform. Um auch im digitalen Bereich den höchsten Anforderungen an Qualität und Flexibilität gerecht zu werden, haben wir in den letzten Jahren viel investiert, um eine leistungsfähige Plattform aufzubauen. So dient der IoT Hub bereits heute 20.000 Maschinen weltweit als Datenendpunkt und bildet damit das Rückgrat für Melitta Insights und unsere digitalen Produkte. Alexa, ich brauche einen Espresso von Melitta. Der Einsatz modernster Technologien ermöglicht uns den kontinuierlichen Ausbau unserer Fähigkeiten, um auch zukünftig als leistungsstarker Partner unsere Kunden im digitalen Kaffee-Business zu unterstützen. Trotz der vielen tollen Produkte, die wir heute schon anbieten und auch der vielen tollen Lösungen, die in unserem Angebot sind, sei es das Thema Melitta Insights als Kundenportal, sei es mobile Apps, die wir anbieten, können, sei es auch einfach nur Schnittstellen, die wir zu unserer Kaffeemaschine anbieten. Wir freuen uns darauf, dieses Portfolio weiterzuentwickeln, dass Sie aus diesen Daten zukünftig noch mehr Nutzen für Ihr Geschäft generieren können. Freuen Sie sich mit uns auf die Zukunft, die wird auf jeden Fall spannend.